Bauen, Wohnen, Wohlfühlen. Zum 15. Mal erjährt sich kommendes Wochenende die Vogtlandbau in der Festhalle Plaun. Interessierte Hobby- und Berufshandwerker erwartet auch dieses Jahr ein breites Ausstellungs- und Themenspektrum. Über 70 Aussteller präsentieren dieses Jahr ihre Innovationen und Ideen. Unter anderem in den Bereichen Innenausbau und Einrichtung, alternative und erneuerbare Energien oder auch modernes ökologisches Bauen. Bis Sonntag können außerdem verschiedene Vorträge, wie zum Beispiel das ABC der Kleinkläranlagen oder Bauen in der Zukunft besucht werden. Nachmittags lockt ein Workshop zum Thema Selbst ist die Frau, Tapezieren für Anfänger. Geöffnet ist die Fachmesse von 10 bis 18 Uhr.